Ja, es ist natürlich ein großer Erfolg, dass wir jetzt nächster Heimziel in dieser Saison gelandet haben. 3 zu 0 war auch verdient. Wir haben zwar die ein oder andere Chancen liegen lassen im Spiel, aber nichtsdestotrotz geht der 3 zu 0 Sieg gegen Chemtra völlig in Warten. Mir hat auch gefreut, dass wir unsere Stürmer getroffen haben. Insofern können wir jetzt in Ruhe nach Oberhausen fahren und das Ziel ist es natürlich, dass wir da punkten.